Herzlich Willkommen bei Self-Defense System. An meiner Seite ist der Iya und der Peter. Und der Iya wird heute mal ein bisschen was erzählen über das, was er aus Erfahrung macht, was er in die Selbstverteidigung mit einbringen würde. Ich würde mal sagen, das alles gleich nach dem Intro. Starten wir auch gleich damit. Iya, kurze Frage. Du bist ja eher auf Kampfsportthema geschult. Du hast in deinem Leben wahrscheinlich viel mehr Kampfsport gemacht. Deine Ansicht würde mich jetzt mal interessieren für die Straße aus deiner gesamten Trainingszeit. Was denkst du, könntest du für die Selbstverteidigung daraus anwenden? Gibt es da überhaupt viel Modus-Suction ist für die Straße sehr gut oder? Ich würde sagen, alles. Alles, okay. Nein, also sehr vieles kann man aus dem Kampfsport, also ich komme ja aus dem Standkampf. Das heißt Kickboxen, Boxen, K1, das Thai-Boxen, das sind so Kampfsportarten, die führe ich sehr gerne aus. Die sind bei mir schon ziemlich gut drin und ich messe mich mit den anderen im Sparring halt sehr gerne damit. Und das Ding ist halt auch, ob ich das jetzt möchte oder nicht, ich werde mich notgedrungen damit auch verteidigen. Ja, das ist ja sowas, da haben wir immer drüber geredet, das wird dann ein Reflex und man ruft halt das ab, was in einem tiefsten dann quasi schlummert in einer Notsituation und verteidigt sich auch so. Natürlich, ja, ja. Und was für eine Distanz würdest du eigentlich bevorzugen? Ich vermute eher so mittel bis lang Distanz, ne? Sowas hier. Sowas in der Distanz. Okay, und was ist dein Ziel? Mich würde noch interessieren kombinationstechnisch, wenn du in den Kampf reinkommst, Abwehr vollkommen erstmal, egal. Welche Kombination würdest du im Infight ansetzen, wenn du schon drinne bist? Weil oft lernt man ja einfach, erste Abwehr war ich drinne gewesen. Ja, wie geht's dann weiter? Was hättest du dann? Wie meinst du, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schlag setzen sollte auf dich und du machst irgendeine Abwehr und jetzt kommst du rein? Boom. Genau. Was würdest du? Würdest du eine Kombination setzen? Würdest du auf einen einzelnen vollen Schlag setzen? Ich würde in erster Linie auf einen einzelnen vollen Schlag setzen, also aus dem Gefühl raus, auf einen einzelnen vollen Schlag, je nachdem ob er Wirkung zeigt oder nicht. Wenn ich sehe, oh der zeigt Wirkung, dann weiß ich schon, oh alles klar. Ich bin halt, falls ihr meine Videos verfolgt, ich bin halt ein lieber Kerl. Wenn der Schlag halt Wirkung zeigt, dann weiß ich schon, ey alles klar, gut jetzt oder nicht. Ich versuche den Leuten halt quasi dann im schlimmsten Fall das Gehirn wieder ein bisschen richtig zu rücken. Ich sage da einfach mal, die sind ein bisschen außer Rand und Band und da muss ein bisschen nachgeholfen werden, dass das wieder hier oben einigermaßen funktioniert. Und manchmal langt halt ein effektiver Schlag, wo sie mal ein bisschen taumeln, das Gleichgewicht verlieren und wo man einfach als Alphamännchen sagt, ich bin stärker als du, lass es sein. Das geht halt natürlich nicht, wenn es auf einmal mehrere Angreifer sind. Wenn es mehrere Angreifer sind, muss ich halt so kämpfen, dass ich ihnen halt wirklich wehtue und die Jungs außer Gekecht setze. Das sind so meine Ansichten. Alles klar und selbst wenn du merkst, okay ich habe eine schnelle Abwehr gemacht zum Beispiel. Wie würdest du nachsetzen? Würdest du direkt nachsetzen? Würdest du eher wieder zurückgehen? Was wäre aus dem Kampfsport das Sinnvollste? Nehme an, ich komme jetzt einfach mal mit dem Schlag, da hast du eine schnelle Abwehr gemacht, würde ich jetzt hier voll durchziehen und ich komme trotzdem weg. Würdest du jetzt eher nach hinten weggehen, um zu warten, dass ich jetzt wieder auf dich zugehe? Oder würdest du mir direkt nachfolgen und den Kampf jetzt zu beenden? Das ist ja das Ding, falls wir auseinander kommen, je nachdem wie es aufgebaut ist. Wenn mir das pausenrot geklaut hätte, dann würde ich nachgehen. Dann würde ich nachgehen und würde nachsetzen. Wenn ich aber merke, ey, der Konflikt muss nicht sein, dass der mit den Fäusten gelöst wird, dann lasse ich das sein. Semi-Kontakt haben wir auch darüber geredet, so ein bisschen in mir, dass ich auch, ich hatte mal einen Kampf in der Schule, das war damals noch, und da war ich extremst auf Semi-Kontakt getrimmt. Und da hat er auch gesagt, sein Kollege, was ist dem passiert? Und da habe ich die Schläge quasi vor dem Gesicht des anderen gestoppt und so geguckt und hat nachgeschlagen. Ich bin halt super ausgewichen, ja. Und ich konnte ihm halt einfach nicht mit der Faust ins Gesicht schlagen. Wenn es die Möglichkeit besteht, ich muss den anderen nicht unbedingt verletzen. Wenn er merkt, oh, alles klar, wird gefährlich, ich lasse es sein, bleibe ich weg. Wenn es natürlich jetzt nicht nur beim Pausenrot ist, sondern wenn er jemandem aus meiner Familie halt extremst geschadet, direkt jetzt vor mir, und ich reagiere aus dem Affekt, werde ich halt kloppen. Dann werde ich halt zentiert und dann gehe ich nach. Dann ist es egal, ob einer blockt oder nicht. Und ja, genau. Aber letzten Endes, also bist du doch sehr darauf aus oder dahin orientiert, eben die Sache mit der Faust oder mit der offenen Hand, mit Kicks zu lösen. Es kommt für dich jetzt als Kick-Dieboxer weniger in Betracht jetzt zu heben oder auch auf den Boden zu bringen oder eben zu ... Es ist wieder situationsbedingt. Hebel und Hebelaktionen sind mega super. Also wenn man einen Gegner hat, den man absolut überlegen ist, und ich habe eine gewisse Grundbasis, was die Hebel angeht quasi. Und wenn ich merke, oh, das kann ich nutzen, ohne den anderen zu verletzen, dann werde ich das machen. Dann werde ich das sogar machen. Ich habe eine Situation gehabt, da werde ich auch noch eine Real-Life-Story raushauen, die kommt noch auf euch zu. Und zwar war der Typ schon ziemlich groß und sehr muskulös. Der hat sich bei mir losgerissen aus der Hand, ist dann weg. Ich habe ihn überholt, er hat ihn einmal geschubst. Peter, wollen wir das? Ich habe ihn überholt, er war auf ein anderes Ziel fixiert. Ich wollte das Ziel beschützen und bin dann halt dazwischen und habe ihn weggeschubst. Und auf einmal habe ich gesehen, oh, er basiert mich an. Dadurch, dass ich halt sehr viele Kämpfe schon hinter mir habe, also auch im Ring, weiß ich mit dem Adrenalin einigermaßen umzugehen. Und ich habe gemerkt, oh, alles klar, jetzt in der Situation hätte ich dem einfach direkt mal ballern, aber das ist nicht in mir drin. Und ich sehe schon, der hat nicht so da gestanden, sondern die Aktion, der hat nur ein bisschen Fitness gemacht. Dadurch ein bisschen dickere Arme und so. Und dann sehe ich schon, der Blick fixiert mich, die rechte Schulter geht nach hinten und der Arm geht in die Position. Das, was bei mir im Kopf drin vorgeht, ist, ja genau, die Hand mir so hier in die Position, das Bein ein bisschen vor, genau, jawohl. Was bei mir da quasi vorgegangen ist, ist, ich tauche ab. Das heißt, er ist vor mir, ich wollte unten rein kommen, die Aktion, um nach hinten zu kommen. Um nach hinten zu kommen und von hier aus ihn gut fixieren zu können. Ohne, dass da irgendwas passiert. Was dann glücklicherweise passiert ist, wir haben halt gegrillt mit vielen Kampfsportlern bei uns aus der Sportschule. Und die Jungs, wir haben ihn sehr schnell fixiert. Ohne, dass ein Schlag passiert ist, wir haben ihn sehr schnell fixiert. Aber so viel werde ich euch dann nochmal in einer anderen Story erzählen. Zum Thema Low Kicks und so, das braucht ja auch zumindest eine gewisse Grunddistanz, jetzt auf ganz, ganz engem Raum. Also zum Beispiel, man sagt ja gerne mal einen Kickboxer oder so, jetzt in einer voll besetzten Straßenbahn oder so, hat langläufig gesehen gerne mal Nachteile, jetzt im Vergleich zu einem, der jetzt da auf kurzer Distanz gewisse Moves beherrscht oder so. Ja. Wie siehst du das, also ist das so? Ja, ja, als reiner Kickboxer ist man sehr oft im Nachteil. In der engen Distanz hilft mir extremst das Boxen weiter, aber noch viel mehr hilft mir das Thai-Boxen weiter. Und deshalb auch in der Distanz hier, ich würde ihn ja nicht so stehen lassen. Wenn ich weiß, wir haben Stress miteinander, würde ich ihn clinchen. Allein schon, diese Aktion hier hilft mir weiter. Ab hier gehen die Knie rein, ich kann ihn ziehen, ich kann ihn drücken, von hier aus, bumm, bin ich mit dem Ellbogen sofort dran. Die Schulter dient auch als Schlaginstrument. Mit Headbutts, ja, die Dinger sind mega effektiv, aber ich bin da halt vorsichtig. Das ist aber gefährlich, ja. Ja, man nockt sich schnell mal selbst, also wenn man blöd trifft. Ja. Aber halt vom Halten her, vom Drücken her, das funktioniert ziemlich geil. Ihr habt auch einen ziemlich geilen, in eurem letzten Video so, den Wurf gezeigt. Ja, ja. Und wenn man da so das Feeling hat und weiß, den anderen zu halten, beziehungsweise zu clinchen und wie das funktioniert, ja. Die Würfe, die sind super drin. Aber man muss sich halt für das Thema interessieren und den Geist offen halten, ja. Man kann nicht nur auf das Kickboxen an sich verschränken, sondern auch ins K1 mal, das Boxen, das Thai-Boxen, da hat man auch Hebel, beziehungsweise Würfe, die man ansetzen kann. Das ist schon ziemlich geil. Dann würde ich sagen, vielen Dank mal für deine Ansicht. Sehr gerne. Danke Peter für deine Fragen. Danke. Bitte abonniert alle Eli, er ist ein echt Hammer-Typ und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis.